Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem, was haben wir, mittlerweile Montag, dem 31. Januar 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily, 1157. Und heute gibt es nur eine ganz kurze Episode, ein kleines Update. Corona und die Folgen habe ich die Episode genannt. Denn das ist aktuell das, was uns beim Hause Rechsteiner ein bisschen plagt oder umgibt. Seit Weihnachten haben wir immer wieder mal rollierend Isolationen und mittlerweile auch Quarantäne. Nee, umgekehrt. Wir hatten ganz viel Quarantäne, aber jetzt zum ersten Mal auch Isolationen. Denn meine Mädels hat es jetzt leider erwischt, weil die lieben Vollpften von der Schule nicht fähig sind und auf Durchseuchung machen. Es tut mir leid, aber das muss zwischendurch mal gesagt werden. Wer meinen Twitter-Kanal ein bisschen abonniert, hat das wahrscheinlich schon mitbekommen. Ja, es ist traurig, es ist unschön. Meine zweite Tochter, die Meldung bekommen, dass sie Corona hat, die hat dann auch die ersten zwei, drei Tage richtig heftig gekämpft. Man muss dazu sagen, sie wurde wenige Tage davor das erste Mal geimpft. Sie hätte schon viel früher gewollt, aber es war ja nicht möglich, lieber Bundesrat, das zu tun in ihrem Alter. Und ja, ziemlich unschön. Und eben wenige Tage später, am Sonntag, kam dann noch die Rückmeldung von der Schule, die es nicht im Griff hatte und ganz viel verspätet. Ja, lassen wir das. Meine Kleinste hat auch Corona. Die hat es zum Glück nicht ganz so heftig erwischt. Aber dennoch, es ist unschön, es ist mühsam, es ist einiges an Verschiebungen, Termine und alles Mögliche müssen gecancelt werden. Und somit bin ich auch nicht wirklich ins Büro gekommen. Dazu gekommen ist dann auch noch eine lustige kleine Grippe, die meinerseits oder die meine Person betroffen hat. Ich habe zweimal getestet, respektive mit heute sogar das dritte Mal. Ich habe kein Corona erwischt, einfach nur eine unschöne Grippe. Seit heute ist die Stimme wieder hier. Deshalb gibt es einen kleinen Update und ich kann noch nicht versprechen, kommt morgen, kommt in den nächsten Tagen irgendwas. Ich komme wieder, das ist auf jeden Fall klar. Es muss einfach die Zeit da sein und die ist aktuell nicht auf unserer Seite. Und das ganze Ärgernis. Ich habe ziemlich viel Unmut in Richtung Mittwoch für all diejenigen aus Deutschland und Österreich. Dann wird der Bundesrat wahrscheinlich, so sagen es zumindest die Medien, und denen sollte man selten bis gar nie glauben, wenn sie sowas in die Reihe posauen. Aber aktuell könnte ich es fast verstehen. Ja, man will nach zwei Jahren Corona das beenden und zwar per bundesrätlicher Instanz. Aber mal schauen. Ich hoffe ganz schwer, dass man richtig entscheidet in Richtung Bern. Und bin gespannt, was am Mittwoch rauskommt. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Und ja, solltet ihr andere Meinungen haben zum Thema Corona, Impfen und so weiter und so weiter. Ihr dürft es mir gerne wissen lassen oder einfach auch nicht, wie ihr mögt. Dürft mir auch, wenn ihr Ähnliches habt. Ich werde ja täglich mit ganz vielen DMs und Mails zugeschüttet, was auch schön ist. Und ich freue mich von anderen Schulen, von anderen Eltern, um wie es denen so geht und was da aktuell so abgeht. Auch im Geek Talk Team, wer den grossen News-Podcast hört, der hat das sicherlich auch schon mitbekommen. Auch der Mike ist da mit fleissig involviert mit seiner Familie. Es ist unschön und tragisch. Aber ja, wir kommen durch, hoffe ich doch ganz schwer. Und für alle euch da draussen, auf kein Long-Covid hoffe ich doch ganz schwer. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.